Herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem YouTube-Kanal und in diesem Video geht es um Vertrieb, Verkauf versus Reinigung, also Gegenüberstellung dieser zwei Themen. Und ich möchte direkt mit einer Story starten, nämlich einer unserer Teilnehmer, mit dem wir schon über mehrere Jahre zusammenarbeiten, ist zu uns gekommen und in der Anfangsphase seiner Selbstständigkeit hat er sich immer sehr stark mit dem Thema Reinigung beschäftigt. Er hat Bücher gelesen, hat wissen wollen, wie man die einzelnen Reinigungstechniken richtig ausführt, was ja auch sehr wichtig ist, damit man auch wirklich professionell sein Unternehmen anleiten kann und hat sich immer mehr rein vertieft in das Thema Reinigung. Und dadurch, dass der Fokus darauf war, immer sehr gute Reinigungsergebnisse zu machen und das Know-how in der Reinigung zu verbessern, wurde das Vertriebliche, also der Verkauf der Dienstleistung in den Hintergrund gerückt. Und es hat Monate gedauert, diese Einstellung von diesem Kunden, diesem Teilnehmer in unserem Training rauszubekommen. Weshalb? Weil wenn du über Monate, vielleicht sogar Jahre in dieser Reinigungsbranche bist und immer tagtäglich reinigst und selber aktiv bist, dann wirst du in diesem Bereich gut. Und es ist komplett natürlich als Mensch, das zu machen und das zu verfolgen, was man gut kann. Weil das, was du nicht so gut kannst, ist für dich unangenehm. Du machst es nicht so gerne und deswegen verfolgst du automatisch das, was du gut kannst. Überprüfe mal selber, in welchem Bereich bist du mehr und lieber unterwegs. Ist es die Reinigung? Ist es das Kaufmännische? Oder was ist es eigentlich gerne? Und das Schlimmste ist, wenn du in einem Bereich nicht gut bist und irgendwie nicht gute Erfolge erzielen kannst, wie zum Beispiel der Neukundengewinnung, dann machst du in dem Bereich vielleicht Sachen, die du ja gar nicht machen solltest. Du fängst an, deinen Firmenauftritt zu verändern. Du tust den nächsten Flyer gestalten. Du machst die nächste Visitenkarte. Du guckst wieder nach einer neuen Möglichkeit. Aber eigentlich weißt du ganz genau, was zu tun ist. Dass du den Fokus und die Konzentration auf den Verkauf deiner Dienstleistung legst. Vielleicht wusstest du es ja nicht und dieses Video regt dich dazu an. Und wenn du das genauso vorgehst, dass du das nicht machst, was du eigentlich machen solltest und dich da nicht weiterentwickelst, dann nennt man das Prokrastination. Das heißt, du bleibst einfach stehen und entwickelst dich vielleicht sogar in dem Bereich zurück, weil die Welt entwickelt sich, der Verkauf, das Marketing, alles entwickelt sich nach vorne. Du bleibst stehen, also entwickelst du dich sogar zurück, weil es sich ja weiterentwickelt. Das ist auch genauso wie damals in der Schule zum Beispiel. Du hast immer vielleicht die Hausaufgaben aufgeschoben oder kennst Menschen, die die Hausaufgaben aufgeschoben haben oder das Lernen aufgeschoben haben. Und dann kurz vor knapp, wenn es gebrannt hat, dann hast du gelernt für diese Arbeit, weil du wusstest, morgen ist die Arbeit. Dann hast du halt noch gelernt. Aber vorher hast du es immer aufgeschoben, weil es dir Englisch lernen vielleicht keinen Spaß gemacht hat. Aber hättest du zum Beispiel täglich 10 Minuten rein investiert, hättest du ein besseres Ergebnis bei der Arbeit gehabt, oder? Wie statt kurz, knackig, einen Tag vorher sich 3, 4, 5 Stunden den Stoff reinzuziehen. Das ist in Wirklichkeit so. Das heißt, wir Menschen, wir vermeiden alles, was außerhalb unserer sogenannten Komfortzone ist. Bei mir persönlich war das zum Beispiel früher so, dass Rechnungen schreiben für mich ätzend war. Weil das war so eine kaufmännische Tätigkeit. Dadurch, dass ich den Fokus auf die Reinigung hatte und eben genau in der Situation auch selber war, habe ich gereinigt und gemacht. Dann war ich so ein Machertyp. Aber ich dachte so, hey, Rechnungen schreiben, Buchhaltung, das ist nicht meine Welt. Das soll mein Vater machen. Und da hat mich mein Vater die ersten Jahre tatsächlich unterstützt. Weil der hat das gerne gemacht. Der hat gerne Rechnungen geschrieben, einmal im Monat, um zu sehen, was da alles so passiert ist in der Firma, die der Sohn ja jetzt aufbaut. Das heißt, das war für mich persönlich eine Tätigkeit, die ich nicht gern gemacht habe. Dadurch habe ich es rausgeschoben. Die Kunden haben die Rechnungen später bekommen, zum Beispiel, ja, in gewissen Phasen. Und deswegen war das gut, dass am Anfang mein Vater mich da unterstützt hat. So, aber was bedeutet das für dich? Es bedeutet für dich, außerhalb deiner Komfortzone sind immer die Dinge, die dich zum Wachsen bringen können. Wenn du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst, dann wirst du automatisch etwas anderes bekommen. Und genau so kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema Verkauf, Vertrieb. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, den Fokus von der Reinigungsexpertise zu lenken auf die Vertriebs- und Verkaufsexpertise. Du darfst lernen, ein echt guter Verkäufer zu sein, damit du Kunden wie am Fließband gewinnen kannst. Dass du das selber in der Hand hast, ob du diesen Monat zwei, fünf oder zehn neue Kunden gewinnst. Das hast du selber in der Hand. Und darum geht es, wenn du sagst, ja, Verkaufen ist mir wichtig, da habe ich wirklich vielleicht das vernachlässigt, Umut. Da darf ich noch besser hinschauen. Dann können wir uns gerne mit dir mal besprechen, dir auch aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, da das Wissen zu vertiefen. Und wenn du sagst, hey, nee, mit euch, das ist mir irgendwie nicht recht, ja, ich möchte aber mein Wissen vertiefen. Ja, dann bitte, dann mach das, weil das möchte ich dir mitgeben auf jeden Fall für die nächsten Monate. Dass du dein Wissen im Bereich Vertrieb und Verkauf professionalisierst und weiterentwickelst. Wir haben dafür ein System entwickelt, wie unsere Teilnehmer wirklich speziell auf die Bedürfnisse einer Gebäudereinigung zugeschnitten, diesen gesamten Vertriebsprozess und Leitfaden professionell meistern. Vom ersten Kontakt mit dem Kunden über das Angebot, die Kalkulation bis hin zum Abschluss und zum Vertrag. Da haben wir ein komplett perfektioniertes System, womit du nahezu jeden Kunden gewinnen kannst. Also wenn du sagst, hey, das ist für mich ein Thema, ich möchte darüber mehr erfahren, dann tritt mit uns in Kontakt. Ich bin auch auf Instagram, da hast du auch die Möglichkeit, mit mir zu interagieren, mir auch Fragen zu stellen, die ich dir dann auch gerne dann beantworte. In diesem Sinne, wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder.